Es ist nicht nur ein unbeschreibliches Erlebnis, sondern oft auch notwendig und praktisch. Fürsthaler Bruck-Obereich macht es möglich. Nun, was ist das? Im Auto aus Fürsthal und Partner in Bruck-Obereich gibt es etwas Neues. Die Mobilität im Wandel der Zeit. Viele Kunden wissen nicht, wo sie sich momentan sehen, welches Fahrzeug sie kaufen sollen. Ist es Diesel, ist es Benzin, ist es E-Mobilität? Wir im Auto aus Fürsthal und Partner haben für unsere Kunden eine Lösung gefunden. Auto-Abo, mieten Sie Ihr Auto bei uns im Auto aus Fürsthaler in Bruck-Obereich. Sehr attraktive Varianten stehen für Sie bereit. Und unsere Verkaufsberater, Herr Auer und Herr Achmitsch, werden Sie gerne darüber informieren. Das ist der Polster 2, unser Vorführwagen, modelliert 23. Das Auto hat einen 78-Kilowatt-Akku mit 408 PS Allrad. Das Auto besitzt innerlich Zusatz- und Zusatzausstattung, einen Abstandstempomat, Panoramadach, Lichtautomatik, Fernlichtassistent, One-Petal-Drive, Memory-Funktion, elektrische Sitz. Das, was dann ganz lässig ist, ist Automatik, stufenlos. Wie man sieht, ist ein schönes Polster-Zeichen aktiviert. Man braucht noch anziehen. Es gibt keinen Startknopf mehr. Man steigt noch ein, zieht den Knopf, Auto fährt hoch und man kann losfahren. Einen Parkknopf gibt es nochmal. Da gibt es nochmal einen Knopf für lauter, leiser. Und der Rest läuft schon alles über das Display. Mit einer 5-Sterne-Sicherheitsbewertung baut der Polster 2 auf der jahrzehntelangen, bahnbrechenden Sicherheitsforschung und dem gemeinsam mit Volvo Cars genutzten Ingenieurswissen auf. Das zweite Auto im Fürstaller Auto-Abo ist ein MG. Der Marvel R Performance mit einem 70-Kilowatt-Stunden-Akku und 258 PS Allrad. Da sieht man, dass ich mir das Leichte bin in der Parkstellung. Ich drehe nach rechts, bin ich in Drive-Modus. Einmal ein Stück nach links bin ich in Neutral-Modus. Und dann ganz weit nach links bin ich in Retour-Gang drinnen und sehe ich sofort die 360-Grad-Kamera. Links habe ich den Drive-Modus zwischen Sport, Eco, Neutral und Winter-Modus. Und rechts habe ich die Rekuperationsstufen. Jetzt machen wir es mal gemütlich heller innen. Und dann bei... Wenn ich sage, ich mag es jetzt nicht ganz aufmachen, wie es in Summe gern ist, dann kann ich es kippen. Und sonst, wenn ich Summer-Feeling möchte, rufe ich mal drauf. Und dann öffnet es das Dach bis zur Hälfte. Und top! Dach bis zur Hälfte. Dach bis zur Hälfte. Dach bis zur Hälfte. Dach bis zur Hälfte.